KUTAN Immobilien Barockorchester Lachpa Festante im Schloss Fuss Gönheim. Je nach Entstehungszeit der aufgeführten Werke verwendet das Orchester das Originalinstrumentarium und kann so die Klangfarben der Werke originalgetreu nachzeichnen. Unter den zahlreichen Gästen konnte der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises Clemens Körner unter anderem den Intendanten des Pfalzbau Tilman Gersch als auch Clemens G. Schnell, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Vorderpfalz begrüßen. Bei strahlendem Sonnenschein wurden vor dieser einzigartigen Kulisse bis spät in die Nacht hinein Werke von Johann Bernhard Bach, Domenico Gallo und Johann Georg Lang präsentiert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020